Wem schuldet FTX überhaupt alles Geld? Bei den großen Summen wie zum Beispiel der BlockFi-Situation wissen wir das schon längst, aber jetzt haben wir die komplette Liste der FTX-Gläubiger. Auf 115 Seiten all die Namen, die Exposure gegenüber FTX hatten. Willkommen zurück bei Thinkit Crypto, mein Name ist Samir und im heutigen Video schauen wir uns unter anderem die überraschendsten Namen auf dieser Liste an. Und eins kann ich euch sagen, hier gibt es einige von. Darüber hinaus geht es heute aber auch um Tesla, ein Update zu Bitwavo, Polkadot und vieles mehr. Für die, die es nicht mitbekommen haben, heute ist der zweite und damit aber auch schon der letzte Tag für das 100-Euro-Bitcoin-Gewinnspiel. Um mich kurz zu fassen, für alle Leute, die mir heute noch auf meinem privaten Instagram-Account folgen und mir hier einfach eine Privatnachricht schreiben, egal was, haben die Chance auf 2x50 Euro in Bitcoin. Also ich lasse dann einen Random Generator einfach zwei Personen aussuchen, die jeweils 50 Euro in Bitcoin gewinnen. Den Link zu meinem Instagram darf ich heute auch noch in meiner Beschreibung verlinkt. Was natürlich auch in meiner Beschreibung verlinkt ist, ist wie immer die EU-regulierte Kryptobörse Bitwavo. Bitwavo hat über 180 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design, niedrige Handelsgebühren und neben vielen weiteren Vorteilen, wie zum Beispiel auch eine Kontogarantie, die euch bis zu 100.000 Euro absichert, gibt es mit meinem Link dann auch noch einen netten 10-Euro-Willkommensbonus. Schaut euch das Ganze gerne einfach mal an, gibt nichts zu verlieren und dann wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Video. Zunächst mal Bitcoin klebt, weiterhin an der 23.000 US-Dollar-Marke, hat diese gestern nicht mehr überwinden können und ja, ansonsten gibt es aber auch gar nicht mehr viel zu sagen. Einen Chart, den ich euch aber unbedingt noch zeigen wollte, bevor es dann heute mal tatsächlich vor allem um die spannendsten News geht, ist dieser hier und zwar eine Statistik der Bank of America, in der anhand von Umfragen vor allem mit globalen Hedgefondsmanagern wieder gespiegelt wird, wie viel Prozent der Investoren sagen, dass uns in den nächsten 12 Monaten eine Rezession erwartet und wie der Analyst Game of Trades hierzu schreibt, das fiel mit dem Tiefpunkt des Marktes in den Jahren 2009 und 2020 zusammen. Also, dass der Punkt, wo die Rezessionserwartungen einen Höhepunkt erreicht haben, der Punkt war, wo der Markt, also der Aktienmarkt, seinen Tiefpunkt bzw. das Bottom erreicht hat. Ein Chart, der also so ein bisschen zeigen soll, ah ja, vielleicht passiert das gleiche nochmal, weil ja die Rezessionserwartung wieder getoppt ist. Aber, was ich euch zeigen möchte, ist, dass im Jahr 2009, aber auch im Jahr 2022 und für 2009 seht ihr hier das Beispiel eingeblendet, die Rezessionserwartungen erst gegen Ende der Rezession getoppt sind. Auf dem anderen Chart war ja der Höhepunkt der Erwartungen im März 2009. Jetzt, wenn man das hier mit diesem Chart aber vergleicht, ja, das war tatsächlich ziemlich genau das Bottom, aber wie gesagt, war man zu diesem Zeitpunkt schon über ein ganzes Jahr in einer Rezession. Dieses Jahr, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass eine Rezession noch kommt und aber auch die Rezessionserwartung tatsächlich einen Höhepunkt erreicht hat, dann sehen wir das vor der Rezession, was natürlich ein großer Unterschied ist. Denn es gab noch nie in der Geschichte eine Rezession, in der der Aktienmarkt nicht gefallen ist. Wie genau das Bitcoin beeinflusst und vor allem, ob uns das tatsächlich auf ein neues Tief bringen würde, ist natürlich eine andere Frage, aber trotzdem glaube ich, ist das etwas sehr Wichtiges, was viele außen vorlassen. So, und dann starten wir auch schon mit der ersten Schlagzeile und zwar, dass Elon Musk mit Tesla trotz der ganzen FTX-Turbulenzen in Q4 2022 keine weiteren Bitcoin verkauft hat. Die BTC-Position hatte zwar in dieser Zeit, wenn man mal auf das Tesla-Balance-Sheet schaut, einen Wertverlust von 34 Millionen Dollar, also in Q4, aber das war auch Stand Ende Dezember und allein durch den ersten Monat dieses Jahres hat Tesla schon einen großen Teil dieses Wertverlustes wieder ausgeglichen. In allen Fällen haben die ganzen Insolvenzen, die wir im Kryptomarkt letztes Jahr oder Ende letztes Jahres gesehen haben, nicht dazu geführt, dass Elon Musk seine Meinung gegenüber Bitcoin verändert hat, was auf jeden Fall schön zu sehen ist. Weniger schön ist aktuell die neue Strafe der niederländischen Zentralbank gegenüber Coinbase. Anscheinend war Coinbase nämlich zwischen November 2020 und August 2022 ohne Registrierung in den Niederlanden tätig gewesen, was, weil das ein unfairer Wettbewerbsvorteil sei, knapp 4 Millionen Dollar kosten soll. Für Coinbase ist das auf jeden Fall nicht die erste und auch nicht die größte Strafe, die sie zu sehen bekommen, aber vielleicht würden sie ja Geld sparen, wenn sie im Vorhinein schon mehr einfach in Compliance investieren würden, sodass sie am Ende gar keine Strafen mehr zahlen müssten. Naja, beim Thema niederländische Zentralbank gibt es auch mal wieder ein Update zu BitWaWO. Wie die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, ist BitWaWO nämlich mit 280 Millionen Euro Anforderungen einer der großen Genesis- bzw. DCG-Gläubiger. Was ich auf diesem Kanal auch schon erklärt hatte, war, dass BitWaWO angekündigt hat, dass auch wenn sie von diesen 280 Millionen keinen einzigen Cent wiedersehen, dass sie all dieses Geld vorfinanzieren können und die Kundengelder davon nicht mehr betroffen sind. Jetzt, was ich euch zeigen möchte, ist der Breakdown, den BitWaWO hierfür veröffentlicht hat. Sie geben nämlich an, dass sie 293 Millionen Euro zusätzlich zu den Kundeneinlagen haben, um alles abdecken zu können. Und ich weiß, dass so eine Tabelle kein 100%iger Beweis ist, aber man komme mit ca. 10 Millionen Euro an Eigenkapital, 125 Millionen Euro an Shareholdereinlagen und 70 Millionen an verfügbaren externen Kreditlinien auf die 293 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass BitWaWO aber von diesen 280 Millionen keinen einzigen Euro wieder sieht, ist nur sehr, sehr gering. BitWaWO hat ja sogar schon von DCG ein Angebot bekommen, in dem sie 70% von diesen 280 Millionen Euro schon zurückzahlen wollten, was BitWaWO aber abgelehnt hat. So, dann kommen wir auch schon zu FTX. Wie im Intro schon erwähnt, haben wir jetzt nämlich auf 115 Seiten die vollständige Liste aller FTX-Gläubiger und neben fast 10 Millionen Privatkunden, deren Namen nicht genannt werden, einfach aus Datenschutzgründen, sind eben aber auch unglaublich viele Firmen involviert, wo man es vielleicht gar nicht gedacht hätte. Wie viel jeweils investiert wurde, wissen wir leider nicht, weil das einfach nicht in der Liste vorhanden war, aber hier trotzdem mal die besten Beispiele. Im Bereich Krypto haben wir Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, also das Unternehmen hinter den BoredApe-NFTs, wir haben Circle hinter USDC, Bitrex, Skymarvis, Chain Analysis, das Analyseunternehmen, Misari, Binance und mehrere Tochterunternehmen von Binance. So richtig spannend wird es aber erst in der Tech-Branche. Hier haben wir nämlich zum Beispiel Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter und so ziemlich all die großen Tech-Unternehmen. Alle haben Forderungen gegenüber FTX und waren also in irgendeiner Art und Weise in FTX investiert, was einfach irgendwie nochmal zeigt, dass vor allem bei Unternehmen wie Amazon, Meta und Google, also die richtig großen Konzerne, wahrscheinlich deutlich mehr im Kryptomarkt involviert sind, als wir alle denken. Aus der Medienbranche haben wir dann noch die New York Times, das Wall Street Journal, Coindesk und ja dann auch noch extrem viele andere, wie zum Beispiel auch Airlines, sogar Staaten, verschiedene Behörden und vieles mehr. Ist schon echt verrückt, wie viele Leute in diesem ganzen FTX-Drama involviert sind. Des Weiteren die üblichen News, dass die SEC mal wieder einen Bitcoin-Spot-ETF ablehnt, diesmal den ARK21-Share-Spot-ETF. Und dann haben wir noch Polkadot, wo aktuell extrem viel Mühe reingeht, dass DOT, also der Token von Polkadot, von der SEC nicht als Wertpapier angesehen wird. Die Web3 Foundation, die das Polkadot-Protokoll unterstützt, hat nämlich nun einen neuen Twitter-Thread veröffentlicht, in dem es heißt, dass sie alles geben, die US-Wertpapiergesetze sowie den Leitlinien der SEC zu digitalen Vermögenswerten einzuhalten und dass DOT eine Software sei und kein Wertpapier. Einerseits finde ich das auf jeden Fall sehr schlau, aber andererseits wissen wir auch alle, dass es unglaublich schwer ist, der SEC erklären zu wollen, dass sein Token kein Wertpapier ist. Leute, für heute war's das. Vergesst nicht, heute ist auch noch die letzte Chance, beim Instagram-Gewinnspiel teilzunehmen, wo man 100 Euro in Bitcoin gewinnen kann oder beziehungsweise zwei Leute 50 Euro und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns morgen wieder.